alles dasselbe ist alles ausland ist alles bald russland ganz ehrlich wenn die russen bis griechenland kommen dann ist echt dann sind wir echt im arsch die griechen haben doch nichts da haben wir schulden wir auch nicht nathomisch geht zuletzt oder glaubst du ernsthaft wenn hier wenn die hier einfallen dass hier dass wir irgendwas haben dass die aufhalten kann ich glaube nicht dass das ein großes pro also unsere bürokratie also ich liebe ja den bundeswehr youtube kanal und ich muss sagen dass unser herr gar nicht so schlecht ist wie das dargestellt wird immer also ich weiß ich habe von ein paar freunden die bei der bundeswehr sind gesagt es ist schon ein grunde alles da bloß genau und wenn er halt jahrelang die leute nicht darauf trainiert oder beziehungsweise es gibt schon ein paar lustige geschichten von der bundeswehr das stimmt schon ich sag es immer wieder die abschaffung der wehrpflicht hat eigentlich nicht nur der bundeswehr sehr weh getan sondern eigentlich ganz deutschland weil es hat im grunde auch organisationen getroffen hat hat die wehrersatzdienst anbieten deutsches rotes kreuz thw und so weiter das stimmt dass der zivildienst fehlt halt vielen organisationen ja es gibt ja auch nicht nur das ist ja auch in der logistik berufskraftfahrer wurden hauptsächlich von der bundeswehr ausgedient wer ausgeholt weil es auf zahlen er zum beispiel es gibt zwar den beruf ausbildungs für die berufskraftfahrer aber wer gibt es 16.000 euro zu investieren und sich da drei jahrelang hinzusetzen und einen schwachsinn zur lehrung was du im endeffekt sowieso dann nicht mehr brauchst da ist ja genau das wie wir den also die fahrlehrer haben ja alle diese die ganzen scheine bei der bundeswehr gemacht weil die dann nach der grundausbildung zu tun hatten da haben die ganzen führerscheine gemacht damit die später eine fahrschule aufmachen konnten sinnvoll ist es ja ja weil du kannst ja so nicht leisten wenn du das wirklich selbst finanziert ist das totaler also totaler gau vom geld her ich sag mal so und dadurch dass du jetzt immer mehr mangel an berufskraftfahrern hast kannst du es ja auch selbst selbst produziert ist natürlich natürlich das da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren das ist selbst produziert aber alle jammern sie auf dem niveau rum das das kannst du schon langsam nicht mehr hören irgendwann ich bin ja ganz ehrlich ich warte ja eigentlich schon seit einiger zeit auf diesen wie ich es nenne großen kollaps wo einfach so ein kleiner lieferend pass einfach mal eben für ganz deutschland die wirtschaft lahm legt so schneeball effekt mehr das dauert nicht mehr lange wenn sie so weitermachen wenn die die blockade von dieser wie war das hier so ist keine woche der vorstufe davon hat man ja gesehen was du hast ja wenn da eine woche lang nichts geht du hast ja schon lieferengpässe im einzelhandel aber es wird halt durch andere produkte dann abgefangen ja genauso wie mit dem automatisch man sagte mal alles automatisieren digitalisieren ja aber welcher lkw keine kann man selbst durch die stadt fahren das kann kein lkw bis jetzt noch keiner es geht doch nicht das wird dann absehbarer zeit noch nicht gehen wir haben da nicht so eine kleine schwarze box wie bei simpsons drin die automatisch fährt und du schläfst die ganzen tag auf der autobahn funktioniert das bei meinem lkw da kann auch da fährt er automatisch aber das darfst du öffentlich sagen du bist du fürs morgen verschwunden die gemeinschaftlich verschwinden lässt wie gesagt die neuen lkw ist jetzt die meisten die jetzt auch schon mit diesen kameras ausgestattet sind anspiegeln das ist richtig geil ist zwar geil aber macht das mal im winter wenn die kamera zufrieden und die heizung nicht funktionierten stehst du da wie so eine oxenbalde oder oder wenn die einer das ding abfährt ja was machst du hast kindersatz da kann sich wahrscheinlich die kamera abschrauben war das nicht so dass da deswegen auch notfallspiegel mit mitgeführt werden die dir dranhängen kannst nee also das habe ich bisher noch nicht gesehen natürlich und ich bin wieder also ich habe das mal so gehört dass das glaube ich so eine auflage geworden gewesen ist damit das zustande die zulassung bekommt das halt so wenn die kamera ausfällt das hat so eine art notfallspiegel mitgeführt wird der man quasi dann dranhängen kann ja gibt es aber es wird nicht kontrolliert bei vielen wird rausgenommen oder es funktioniert nicht richtig naja ist alles keine hand und fuß nach schwarzen mark macht das jetzt auch hier in faul naja der macht schwarzen marken also dennis macht das hier mit kisten jetzt um mal eben schnell eine rote produktion zu machen ja ich bin jetzt gerade etwas planlos was machen franzengeballer kommt her ihr viecher das war schon da habe ich jetzt aber mehr erwartet könnte ich ja drei zusammen drei zusammenschließen und das recht auf der rechten seite das ist ein bester das machen muss neben den den splitter hier aufsetzen möchte ich hier das ist faktor schwer geworden du kannst faktor super schwer einstellen das kommt von süden angriff und da haben wir keine geschütztürme am eisen technokratus haben ja bis sie unterwegs da waren sie weg was beschädigt warte mal ich baue mal zwei ich habe noch was ja ich baue mal zwei drei reparatur kits wollen wir nicht einfach mal ein bisschen ein bisschen ein bisschen aufräumen hier ich bin gerade irgendwie in angriffslage ja wir können gerne aufräumen das mache ich nämlich das wollen wir dann nehmen und nur rechts ich mache noch mal kurz ein bisschen munition jetzt gleich über 50 aber ich mache mal kurz nach rechts gehen dann gehen wir mal nach rechts ich folge ich folge herrn ja feuer nur ein toter bank ist ein guter bank alles was mehr als zwei beine hat wird sofort erschossen ach hana hat die schrotflinte dann sieht ja lustig aus ich glaube ich habe sogar schaden bekommen von der schrotflinte wie bitte ich glaube ich habe schaden von der schrotflinte bekommen bist du sicher dass das nicht der reißer war vielleicht gibt es schon die feiern im spiel oh dann lasse ich dann mit der schrotflinte Zeit für granaten soll wir direkt nachs süden gehen dann habt ihr keine munition mehr ich habe noch ich habe noch 50 schuss ich habe noch 50 schuss ne ich muss ein paar eisenplatten holen für clips ja warte ich habe noch 100 stück einstecken ach da sind die alle hin äh äh was war denn das da du kannst Sachen auf den Boden legen inzwischen achso ach du willst eisenplatten mir geben damit ich clips herstellen kann ich dachte du hast noch 100 magazine magazine kann ich dir auch kann ich auch welche herstellen wenn es sein muss ne ist alles gut geht ja auch von meiner seite her mitten durch den wald pruf holzt erstmal was denn so im vorbeigehen im wald einfach so mal im vorbeigehen mit der hand kann den baum schlagen warum nicht huah geht hier mal dann bin der mich geb euch deckung wenn ich euch keine deckung mehr gebe heißt dass ich bin tot ein bisschen zu knapp ist also sehr wahrscheinlich sogar ich habe nämlich nur zwei magazine und bin jetzt leer warte nicht warte technokrat stirbt da vorne du stirbst jetzt auch die spawner immer wieder nach wenn ihr munition habt dann hätte die noch eben kaputt machen können und das reicht nicht sind doch schneller verbraucht als ich gedacht habe warte mal schwarze schwarz geht ja nicht alleine runter dass die meisten tot das könnte eigentlich jetzt auch alleine machen geh ruhig hin wenn du tot bist kommen und ich darf erholen nein ich meine wirklich das sollte ohne probleme funktionieren da ist noch ein baum mithilfte hp na warte ich gehe runter so mit 50 magazin wird es ja wohl erstmal reichen ich kann noch mehr produzieren also ich habe gerade auch noch ein bisschen was ein bisschen nachschub geholt ich kann jetzt auch wieder 47 herstellen habe aber auch noch 60 60 einstecken wie heißen die noch mal mobile luftlander truppe ja wer kennt es nicht mobile luftlander truppe aus starship troopers mobile infanterie ja ja ist es halt einfach geschrieben im chat da ist natürlich wenn die bei der deutschen übersetzung einfach zu massiv gewesen wären das ist ja direkt nach westen weiter vor allem schwarz schwarzes machen ist ja auf der karte auch so ein roter punkt lass uns lieber nach westen da unten wissen wir auch noch was aber ja du weißt aber nicht wie groß das ist die dinge jetzt bin ich gelb da haben wir noch ein gelben hey wir haben zwei gelbe oh das ist ein bisschen größer weiter ouch ich sterbe ich glaube es könnte ein feuer power ein bisschen schwach sein ja ich bin tot von säure der schließt immer auf das nächste zielen beim mauszeiger ne ja ja weil ich mich nämlich gerade gewundert habe warum der auf den stein geschossen hat anstatt auf die das soll eigentlich nicht passieren das ist wenn du mit mit c kannst du auch freundliche ziele anschießen oder ist mit leertaste wirklich dann auf den baum der muss glaube ich c drücken ich will euch doch nur umbringen richtig was stellt euch so an ich stehe hier wie der terminator und nagel einfach alles auf mich zukommt die würmer sind immer am gefährden das gibt es halt gefährlich schmerzhaft tödlich tödlich das ist ein dummer warum so scheiße ich bin leer geballert so ja ich hab auch noch elf clips ich mach mal eben nochmal welche muss mich mal wieder auf nächste cwe nordwest wurde die brauche ich sowieso nie mehr werde ich jetzt erstmal raus nehmen ich muss mich erstmal aber ich habe schon alles weggefletzt ja unten du bist schon weg aber erstmal ich war gerade auch überrascht wie schnell ich die wie schnell ich die 60 die 60 clips durchgeatmet hatte ja stimmt nicht ständig oh es tut mir leid ich habe strommäste gesetzt automatisiert die munitionsproduktion ja vor allem am anfang ist das halt ja nur eisenplatten ja gut wir brauchen eigentlich nur eisenplatten dafür ne du hast eine automatische achso da oben hast du munitionsproduktion reingemacht ne kleine ich wollte sowieso gerade eben so aus beim eisenfeld am nord aber das ist nur eine einzige fabrik dafür danke an pito für deinen prime sub achso achso ja gut egal ich habe ja erst mal 100 Schuss dann wieder ja 100 wurden so äh Fläschchen brauchen wir wa wir haben keine Fläschchen ja ja jemand will das gerade automatisieren aber es fehlen halt noch die kupferplatten opferplatten ja für die schusswaffen munition brauchst du doch nur 4 eisenplatten nein es geht um die forschung es geht um die forschung achso ja die rote forschung äh jetzt dann automatisch läuft als nächstes ich habe ja immer die Fläschchen produziert vorher warte mal ich sitze hier nochmal zu verlasten ich sagten der strom na ok nur 40% auslastung alles gut was mache ich denn dann hä achso warte mal hopp 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 und hopp so dann könnte ich auch genau arbeiten ein eiserner thron aha sitze ich schon auf dem thron rum ja was denn ist ein bisschen unbequem wo ist die polsterhunterlager du 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 gibst du die kannst du dir hier oben rausnehmen das ist fertig siehst ich bin zu lange nicht da reden ach da oben ach so macht ihr das ich habe das immer so gemacht dass ich ein förderband um die dinger rumfahren lassen und dann halt von jedem ach du meinst ja aber du kannst davon gebäude zu gebäude reichen das wusste ich nicht dass das geht ich habe die immer einzeln separat befüllen lassen aber später musst du es mit dem förderband machen weil du sonst immer so viele fläschchen hast wo ich jetzt bin wo wir mehr platz haben ja gut das können wir erst mal da oben stehen lassen hallo püratte dann fange ich nämlich schon mal kurz an schon mal vorbereitungen für das fläschchen karussell zu treffen bisschen nickerchen die grünen vorbereiten ja wir müssen eh fließbänder sowieso auto also fließbänder laufen laufen ja hier links schon jaja der müsse musste oben als so noch mal greift greifarm produktion aufbauen ja ich mache jetzt die grünen chips jetzt schnell also ich mache kopferkabels und dann geht zu den grünen chips und dann kannst du ja schon die greifer machen dann könnte ich jetzt eigentlich vorbereiten seit wann gibt es lampen schon lange also lange gab es schon ganz früher verbrauchen aber auch ein bisschen strom die dinge ja wir brauchen mehr strom als ein arm der sich bewegt weil hier gibt es noch glühbieren das nicht led die sind noch altmodisch kannte ich könnte ich ja eigentlich da wo diese fließbahn produktion das eigentlich weiter führte ich mal so hast du das gedacht und da die grünfläche in der näher zu stellen denke ich mal oder könnte machen ja ich brauche mal ein paar kupferplatte greifarm macht er es brauchst du nur dazuführen ach so braucht irgendwo irgendwer jemanden schnellen greifarm ich habe versehentlich eingebaut können wir brauchen kannst bei den eisenplatten damit um schneller so stimmt hier damit die schneller weg gesammelt werden da flügel ich die meiden 1 2 und 3 und 4 und 5 und 6 die gestanden man kann das nicht wahrscheinlich schmeißen die greifarme können teilweise die platten nicht mehr ablegen wir haben kein strom jetzt ist ich habe nur ganz mein gott hast du schnell reagiert ich habe das eine sekunde eine millisekunde war das da ich den strom kurz ausgemacht habe ist der drückt hier drückt der saft weg rastet der direkt hier aus ich habe nur eben kurz schon mal noch noch mehr dampfkraft erzeugt damit ich nicht ganz nutzlos bin dieses geplüster ist allein schon im betrug ist das hier in der mitte die kiste der schande wo die pistolen drin sind ne das ist so das die kiste für das ich gerade nicht brauche weil ich habe jetzt mein sturmgewehr wozu brauche ich noch eine pistole ne als äh zweitwaffe da habe ich meine schotze die pistole ist unnötig vor allem die hat auch weniger reichweite siehst du du bist nicht nutzlos bei dir läuft der server dabei sein ist alles das sagt bestimmt noch der typ den der nürburgring gehört eigentlich fahre ich jedes mal mit haben wir nicht was haben wir ne steinkiste äh ne nicht für normal doch haben wir für normale steine stimmen war ich heute auch dran ja beim stein irgendwo hängt die glaube ich rum naja ich habe schon gefunden wie kannst du bitte pingen stimmt wie kannst du pingen das ist das ist eine gute frage zehn punkte für gryffindor mcmigan steuerung als und rechte maustaste ja auf der karte da ja nicht auf der karte kannst du auch noch mal linke maustaste meintest du nicht rechte ich kann nicht vielleicht steuerung alt und linke maustaste nicht rechte steuerung alt alter das ist ja mal komplikativ beim kupfer alarm wie wir alle dahin flitzen morfist baust du jetzt gerade hier die äh wie heißt das greifen ne die grün ich hab grundvertrauen deshalb lauf ich da nicht hin die menschen schaltkreise ja genau und von da aus dann können wir denn per ähm untergrund bänder denn die äh bänder bauen die greifen ja die greifen brauchen wir noch oh ist das schön einbetoniert die mauren sehen irgendwie schöner aus als vorher kann das sein ja die haben alles mal geupdatet richtig alles mit neuen hochauflösenden texturen kann ich dir bei irgendwas helfen morfist also ich hab da auch vorhin auch jetzt noch mal sechs äh lab gestellt na wenn du weißt wo wir die dings hin bauen die greifarme kannst du ja ähm blutprint machen beziehungsweise es gibt ja den äh ghost modus völlig jetzt gerade könnte sie jetzt mit per tunnel hier drunter weiterführen dann kann man hier die greifbaren produktion hier in dem zwischenpferd aufbauen dann kannst du die mit dem tunnel wieder hier hoch schicken wo du dann die grünen fläschchen produzierst genau wo zum beispiel ich hab mal die äh radarmeiger auf 16 erhöht das sollte auch reichen um erstmal ein ganzes stück aufzudecken was brauche ich denn alles da brauche ich eisenplatten ich wollte das ding nicht vor die nase klatschen tschuldigung alles gut eisenplatten zahnräder und elektronische scheitkreise baut er und ich brauche noch eisenräder und zahnen kann ich eigentlich beides genau da abzweilen aber ist auch ganz schön euch manchmal einfach nur zuzugucken na wobei es gar nicht so einfach ist jetzt wir haben noch keinen stahl ich mach grad stahl wobei es gar nicht so einfach ist sich zurückzufinden um wie man alles am besten baut wobei jetzt schettet maschen um ich weiß gar nicht die hotkey tast dafür habe ich vorhin gesucht möchtest du nicht lieber stahl aus den rohmaterialien machen du kannst ja nicht aus rohmaterialien machen natürlich kannst du eine doppelschmelze bauen ach so meinst du kannst die intendant ersetzen genau die stahlproduktion wenn du das möchtest dann können wir das auch gerne so machen ja wir haben ja genug roh stahl äh roheisen das ist schön euch so zu sehen aber ihr könnt noch dies und das machen faules pack das habe ich überhaupt nie so gesagt obwohl man im karten wo es ja schon gut dirigieren könnte man könnte dann auch planen hier und sagen das macht das und das also als wenn es den commander gibt ich glaube die arbeiten schneller sich überhaupt platzieren kann du bist nicht umsonst der imperator ne ja aber das ist dann doch ein bisschen schnell ja wieso wir man könnte ja krass sagen wir bauen hier das imperium nur welches ist die frage dann wollte ich gerade sagen ein schöneres halt es gibt züge natürlich gibt es züge marv marv ich verstehe dich nicht du bist im urlaub irgendwo wo ich schon wieder vergessen habe wo du bist das ist auch egal hast schönes wetter abends mit hohen temperaturen und hängst irgendwo in der hotelbar und gammelst dir da einen ab was stimmt mit dir nicht Mist wie mache ich denn das jetzt am besten als ich noch in einem heißen urlaub war da hat man abends in der hotelbar kurz gesessen hat tv total geguckt und ist dann los auf die piste da siehst du mal wie lange das schon her ist aber sollte ich so alt gewesen sein wie du und wenn es da keine an keine diskotheken gibt doch gerade die regeln zu schlimm sind man hat immer irgendwelche leute getroffen die auch urlaub gerade machen es sind osterferien in nrw du wirst ja wohl irgendeine betrunkene willige frau finden die muss natürlich nicht betrunk sein red dich nicht um kopf und kragen ich wollte gerade sagen irgendeine damen die du nett irgendeine frau die dich nett findet die du nett findest und wo alles gut ist willst du hier noch einen teiler einsetzen bei den schneiden bis dann nobi da muss er sagen im urlaub sind alle ein bisschen losgelöst egal da siehst du leider dass ich nicht so viel erfahrung habe nein ist doch egal bau dir was zusammen ja das ist geil du solltest zwischen den schmelzen mal zwischen zwei schmelzen einen freilassen damit der strommaster hin kann das kannst du auch zwischen den greifarmen machen ja dann brauchst du aber zu viele ist ja egal wir haben ja alles genug alles gut ich weiß aber nicht was du hier in der mitte machen willst mit dem hier wir sind die kohle auf damit die kohle damit die eisenteile nicht mitkommen und warum ist das ein unterirdisches fließband weil damit der nimmt nur die hälfte dadurch der hat das eisenblatt jetzt stehen ach das ist ja trickreich ich habe viele tricks in diesem spiel welchen in diesem spiel welchen trick ich will den auch lernen nein das ist ein trick dass du halt durch diesen also du machst keinen unterirdischen durchgang sondern du blockierst damit eine der linien hier das habe ich aber so noch nicht gesehen vorher deshalb frage ich ja was das warum für mich ist das neu das spiel lebt in dem sinne dass du alles dir selber erlernst und wenn das nicht genügend spielerfahrung hast merkst du halt richtig dass du erst überlegen musst das ist doch nicht so das ist ein langer greif oh mein gott man muss nachdenken und dieses spiel versucht mir was beizubringen ich weiß auch nicht genau was ihr gerade also ich weiß schon was ihr macht aber netter trick aber braucht man den wirklich nicht unbedingt da finde ich spiel lieber den den zufluss ich glaube den morphy gebaut hat hier mit der kohle und eisen zuteilung finde ich besser wir bewerten jetzt einfach wie ihr aufgebaut habt aber es ist egal ihr müsst euch nicht anstrengen wir spielen hier nur aus spaß ein bisschen leistung sollte man schon zeigen also ich glaube jedenfalls dass das das ding hatte morphy glaube ich gebaut um beide bänder seiten voll zu kriegen halt so wir haben übrigens die rote forschung jetzt durch irgendeinen wunsch was als erstes in rot grün kommt was uns am meisten hilft würde ich sagen deshalb frage ich ja bessere waffen also militär 2 was haben wir denn da und als zweites könnten wir dann die besseren hochöfen machen dann brauchen wir keine kohle mehr beziehungsweise verbesserte strommasten also die lichtbögen öfen die kommen erst später die sind noch recht weit weg ja aber du brauchst erst noch kohle mit dem anderen hochofen der ist nur doppelt so schnell wie der normale schmiedeofen genau das warte mal wie war denn das mit welcher taste du sozusagen die dinger äh in den produktionsstätten auf andere übertragen kannst was du da drin bauen willst vielleicht sollte Proof mal in den Stream machen wie früher die Sendung Herzblatt und Leute verkuppeln rechts klicken shift links klick ah ok ja kann ich mir ja richtig gut vorstellen Kandidat Nummer 2 wenn ich mal wieder die ganze Bandbreite für meine Sex-Livecam abends benutze was würdest du tun um mich davon abzubringen diesen weiter zu betreiben weil du Fußball gucken willst oh mein Gott das sind die heutigen Probleme also wenn man solche Probleme hat dann braucht man sich über die Welt und da kann keine Sorgen machen ich hab ja wirklich ich hab ja wirklich ganz normale Freundinnen die aus dem nichts heraus zu mir zu mir kommen und fragen ob ich weiß wie Onlyfans funktioniert die hätten da Bock drauf mal weil einfach denkst du ganz normale Menschen sag ich mal die dann sagen ich hab gehört da kann man richtig Kohle mit machen ja aber ja mit YouTube kann man auch richtig Kohle machen aber das funktioniert dann nicht immer wie man denkt ne ja aber ich sag mal so will man sich das wirklich antun sich da so zu entblößen ich weiß nicht also ich muss sagen bei Onlyfans hab ich mal gehört gibt gibt es recht viele ja es gibt ja auch ganz spezielle Fetische die da einfach also ich hab mal diesen Onlyfans League mitbekommen diesen großen und da hab ich mal einfach weil du konntest online durchklicken durch den League da hat einer das einfach komplett öffentlich freigemacht und das sind auch teilweise bratsch ich meine wundervolle Menschen wo du aber nicht denkst dass die einen Onlyfans Account betreiben müssten also würden da ist dann überhaupt jemand dafür was bezahlt aber da wird trotzdem die haben auch ihre Einkünfte jeden Monat also ist schon krass also Sex Sales wirkt halt immer ist halt so ich wollt grad sagen Sex Sales das ja und wenn du ein Defizit hast ist der eine hier nicht ein bisschen zu nah musst du halt andere ja schon aber sonst hast du hier damit ja Probleme musst du halt andere Sachen anwenden wie ich sehs grad weiß ich nicht kack mir ins Gesicht piss mir ins Gesicht halt den ganzen kranken Scheiß Hilfe ja ja obwohl krank will man dazu auch nichts sagen weil heute mein Gott wenns zwei Leute glücklich macht sollen sich gegenseitig anpinkeln ich wollt grad sagen was ist krank richtig wenn du jemand anders findest der sagt das ist nicht krank dann ist das plötzlich normal Angriff oben oh 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 mein Gott und zwar kein kleiner so ein Mist die haben uns hier oben einiges zerfickt sprichwörtlich wer kann Mauern bauen wir haben unten eine Mauerproduktion haben wir wenig Strom das kann eigentlich gar nicht so sein die haben uns grad die Stromversorgung zerlegt Moment wo ist denn jetzt hier der Schaden die haben die Pumpe die haben die Pumpe zerlegt die haben die ganze Pumpe zerlegt die haben die ganze Pipeline aus dem Sender gepflückt mein Leben Moment wo ist das ich fange schon mal an das zu reparieren was noch zu reparieren ist ich hab keinen Kupfer gerade hier warte ich hab welchen ja dann bau einfach eine Pumpe und setz die neu da rein genau besser Pumpe wir können sagen es ist gesellschaftlich nicht konform das ist politisch vielleicht korrekt vor 30 Jahren was bist du denn für ein Boomer du kannst doch heute alle in irgendeine Schiene schieben die haben doch nur eine Seite das Wasser zerfickt warum läuft die andere Seite nicht weiter weil die Rohre ganz kaputt sind weil wir keinen Strom haben oder? ja jetzt äh ich mach erstmal einen normalen Durchgang damit die Runden wieder laufen sind die Rohre hier zerstört oder? ja ja die sind die gesamten Rohre zerstört ich wollte grad sagen mach hier schön ja ja ich bau das gleich wieder normal auf oh alter wie der hier oben in zwei Sekunden eine komplette Defense aufgebaut hat mal heben aus dem Handgelenk das sind halt Profis das passiert wenn man Energie Embargo macht aber ich weiß nicht ob du mit den wenigen Geschütztürmen obwohl ich hab ich baue selten mit Mauer ich finde Mauer immer so unhandlich aber die Mauer ja die Mauer kommt drauf an ja die Mauer kommt drauf an die Mauer bringt schon was ich würde ja hier noch eine zweite Reihe Mauern hinsetzen damit die damit die sich da nicht so leicht durchknuspern weil irgendwann reicht eine Reihe Mauer nicht so leicht das wird aber richtig massiv das Ding kommst du aus Berlin oder warum kannst du so gut Mauern bauen Alter Leute haben was das war vor dem Chat ich hab's nur wiederverwertet ja aber trotzdem niemand hat die Absicht an der Mauer zu bauen einen kleinen Tipp beim Mauer bauen der Abstand von Geschütz zur Mauer sollte mindestens eins sein weil die Viecher sonst über die Mauer drüber knabbern können dann bauen wir vorher vor dem Geschütz einfach zwei Mauern ja das geht auch was ist solche irgendwo einen Abstand lassen inzwischen ach das kann ich doch na ich wollte noch sagen einen Abstand weil ich jetzt die Gründflächchen runter leite soll ich einen Abstand lassen da kann ich direkt neben einem anderen Band hin und her setzen na man sagt eigentlich man sollte zwei bis drei Stück da da lassen Tore kann man noch keine bauen nämlich direkt ne Tore forschung habe ich noch nicht gemacht also ich glaube Technokrat macht grad die grüne Produktion ne ja ich bring grad die Fläschchen grüne Produktion die läuft hier oben schon also zumindest was die Ärmchen angeht ne hier laufen die grünen ja schon durch die grünen Fläschchen da kommen sie doch schon angelope Mist guck mal dass du die hier unten jetzt aufs Fläschchen karossier gesetzt kriegst ja ja da will ich gerade hin da habe ich schon was vorbereitet Mist jetzt habe ich ich hab doch schon was vorbereitet das ist ja wie zu betrungen äh ach komm ich geh hier neben na nun kommen sie mal mit dir genau da geht's eine Runde und dann setz ich geh jetzt dunsch über zack 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 dann setz mal hier mal ein Bettdünnchen ja die Karte baut bebaut sie einfach von selbst aus meiner Perspektive passiert das alles automatisch so wie Gott die Schuf ja genau ich schreib nur die Bibel dazu ohne Liebe geht doch nix auf dieser Welt so jetzt müssten sie eigentlich dann perfekt drauf gucken genau da unten haben wir ja nochmal hat zwar etwas gedauert aber ich hab's geschafft aber die brauchen lange soll ich hier noch ein paar Maschinen hinsetzen oder sollen wir die oder reicht das von den grünen Fläschchen ich glaub ja das wirst du ja gleich sehen ja wir verbrauchen die na gut soviel naja ich setz nochmal 2-3 Stück hin jetzt die restlichen 3 auch nach hinten sicher ist sicher so haben wir schon mal ein bisschen Munition wo hatten wir die Stahlkiste da unten haben wir schon mal äh eigentlich oh ne ne was nabend Wulfka hm äh 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 erzeugen es gibt Module die das können so irgendwie Rußpartikelfilter oder so Fortschritte Technologie als nächstes kommt da noch Red Blue dazu nicht zu vergessen die Schummelsoftware naja wir brauchen auch noch und sonst Gartellchen so hab jetzt nochmal drei Maschinen hingesetzt so hat er das ab und zu mal ein paar merkt ja 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 das sieht so wahnsinnig schön aus aber jetzt läuft da die Forschung durch dann ist das nur noch eine Frage der Zeit ja das knistert schon genau was sind das für eine Mauer aha jemini Schachbrettmuster ja du willst also Tore haben dann forschen wir uns einfach als nächstes naja ähm das wäre zum Beispiel das ist ja zumindest eine Sache das man das man vielleicht brauchen könnte ahja Dyson's Fair ist mir vorhin übrigens nicht eingefallen als Titel die sind ja gerade dran irgendwie fein den Spiel ein also einzubinden da bin ich mal gespannt weil das wird das Spiel halt richtig nochmal verändern haben wir eigentlich in der Nähe noch ein anderes Kohlefeld gar nicht wa nicht dass ich es jetzt gesehen hätte im Moment ich guck mal kurz unten haben wir noch 1 Millionen ja gut ja gut wir haben aber noch 49 km dann müssen wir dann erstmal da rundherum noch ein bisschen was wegräumen sonst ja ne ja ne schluss mal die uns da wieder was kaputt ja ne ja ne angriff von oben genau da wo es die dicksten Mauern gibt du kommst du nicht durch kommst du in der 3 genau ich hab ne Mauer gefahrt du das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus ach die haben die Mauer ja noch nicht mal ein angeknabbert doch ein bisschen doch ein bisschen aber das kann man von hier aus gut counter repair erledigt ich brauchte jetzt nur wegen der Kohle weil da nur 49 k noch drin sind aber die reichen hast du aber gut zugemauert hier oben du vielleicht noch ein zwei Geschütze extra aufstellen bis wir das da oben weggeräumt haben bauen wir eigentlich Maschinentürmchen? Ne bauen wir nicht glaube ich oder? nicht automatisch naja gut hier geht's dem Hund der hustet gerade im Hintergrund leider der hat halt aber morgen Mittag haben wir wieder einen Tierarzttermin und dann wird der wahrscheinlich unter Narkose gelegt aber er hat keine Angst vor dem Tierarzt oder? naja erst wenn die Tür aufgeht und der reingerufen wird dann beginnt das Zittern dann kommt die Situation von ja hm ähm muss ich? ja dann will er rückwärts laufen weiter sei es nicht kastriert er hustet hallo was hat das mit Kastration zu tun? ich wollte gerade sagen was hat das denn? sie haben husten? ja dann ziehen sie mal die Hose aus wer kennt's nicht? als nächstes kann man vielleicht schnellere Fließbänder äh forschen oder? ähm dann mach ich Stromnetz 1 als nächstes naja weil ich jetzt gerade sehe dass äh hab ich das jetzt richtig gesehen? wir müssen natürlich gucken dass die hier nicht äh anfangen genau hier wo die schwächeren Wände sind anfangen zu knuspern normalerweise greifen die ziemlich gradlinig an obwohl jetzt haben wir unten schon 6 Neste in der Umgebung ne weil die 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 neuen Öfen die verbauten ist oh wir kriegen grad nen Angriff von unten ich glaub der eine Turm der da unten steht ist auch immer genau da wo ich grad nicht bin ne? ich hab's gerade nur aus Zufall gesehen ja ich hab's ich hab den oben den Angriff von oben auch nur gesehen als ich grad auf die Karte bin ja unten unten so rechts südlich recht südrechtlich sind äh zwei Nester von denen oh ja die sind sogar noch ziemlich die sind sogar noch eigentlich am NAS kommt der Juster Funstream auch als LP auf YouTube äh ich hab's mal aufgenommen das entscheide ich noch spontan ich muss noch ausschneiden wo ich sag dass willige Frauen für MAF sich melden sollen ich glaub ich mach Munitionsproduktion haben wir schon ne? ja aber nicht für die hochwertige Muni ne ich brauch erstmal nur Standard Munition wo läuft denn die grad? wir haben zwei eine oben beim Eisen einen links vom Zahnräder sagen wir dann hä? hä? ah ne öh schau mir beim bau nicht zu sprache der Streamer Ja, geht woanders hin, gucken. Und die Welt wurde dunkel, denn die Zuschauer, sie gingen fort. Ich schäme mich für meine Aufbauten. Hier ist Stahl. Bin ich doof oder wo ist denn die Munitionsproduktion hier? Es gibt zwei Munitionsproduktionen. Ich finde keine davon. Ich glaube bei einmal oben am Stahl und einmal unten beim Eisen und unten beim Eisen bin ich doch gerade. Und da. Ich habe gerade beide markiert. Ich stehe gerade neben Munition. Pascal wurde schon geclippt mit deinem ekligen Aussagen. Wundervoll. Endlich kriege ich mal die Anerkennung, die ich verdient habe. Okay. Und eine ist hier rechts. Die Beweise wurden schon gesichert. Hier. Oh, hoffentlich sehen das die richtigen Feministen. Ach so. Frauen haben alle Rechte der Welt verdient. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Aber ich musste heute wieder sehen, dass, sag ich mal, eine Feministenorientierte gesagt hat, auf einer Artikel von der Bild-Zeitung, dass alle Führungspositionen nur noch von Frauen zu besetzen, dann schreibt die ja dazu. Wo ich auf eine denke. Mhm. Äh. Kann man ja mal versuchen. Ja, aber welchen Sinn würde sowas ergeben? Nicht viel. Mhm. Da geht's schon los. Ja, vor allem die Preisfrage. Was sollen die Männer dann machen? Die bleiben zu Hause, hüten die Kinder mal den Ausbild. Das würde ich machen. Kein Ding. Mac Medium bau grad die ganze Eisenproduktion um. Vor allem muss ich dann auch überprüfen, ob Männer dadurch länger, also älter werden. Oh, das stimmt. Hier werden grad die, 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 hier wird grad die Kohle raus, äh, oder? Nee, nee, Moment. Hier werden nur die, die, die Öfen umgeändert. Äh. Also Shane, vorhin konnte man noch immer joinen. Jetzt sind wir glaube ich aber schon ein bisschen viele auf dem gleichen Server. Also ich würde jetzt sagen, wir haben ja auch schon... Ich glaub wir sind sieben. Oh, die greifen gerade oben an. Wir haben jetzt halt auch ein bisschen, wie soll man sagen. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. So ganz am Anfang hab ich immer gesagt, ja komm doch doch eben mit rein. Mac Medium, kann ich dir helfen oder machst du alleine? Klar, kannst mit abreißen. Okay. Kannst mit abreißen? Ich geh oben mal gucken, was sie da angeknuspert haben. Brückenpfeiler sind doch meine Spezialität beim Abreißen. Ich schaue auch gern zu. Ja, wie war das noch? Brücke mit eingebauter Bombe? Jawohl. Außer kleinen Tobi kommt vorbei, dann stand da keine Bombe mehr an Brücke sowieso nicht. Proof will sagen, du bist nicht erwünscht. Da fehlt nur das Bitch am Ende. Ja. Nein, alles cool. Wie kann man nur so machen? Sowas von unsensibel. Ich mag dich nicht, geh weg. Ich bin Gerald von Riva. Ich bin sehr sympathisch und unsensibel. Wenn man das kombiniert, dann kommt dann unsympathisch raus. Ich mache jetzt mal die Logistik 2, da hat es ja vorhin schon jemand gewünscht. Ja, schnellere Fließbänder einfach. Wollen wir noch ein paar hier hinsetzen? Also noch eine Reihe? Hast du noch was? Ja, ich habe noch welche. Okay, weiter machen. Das kann dann auch nach oben raus. Ach Mist, ich bin gegen den Pfand hier laufen. Und, ja komm setzen wir da auch mal ein. Danke Shane für dein Stufe 1 Sub. Setzen wir den. Ja komm, da kommt der Geiz. Soll ich hier auch noch einen hinsetzen? Ach komm, was soll der Geiz? Aber du bist nicht so hübsch wie Geralt. Hast ja meinen Nacktkalender noch nicht gesehen. Wie, wo gibt es den zu kaufen? Das habe ich wie immer so vergriffen. Den kannst du umsonst bei Edeka mitnehmen. Musst du schon wieder runterlaufen. Was suche ich? Ach ja. Mach mal Fließbänder auch in der Kiste irgendwo da. Hab schon. Wenn du noch Fließbänder brauchst, ich hab noch welche. Ich kenne deinen Onlyfans. Das habe ich jetzt gerade nicht gehört. Was hast du gesagt? Du kannst einfach hier die 4 anschließen. Okay mach ich. Such Füße. Die Ingame Musik ist hier super. Weil die einfach so mega chillig ist bei Factorio. Die habe ich ausgemacht. Die ausgemacht und mit Schranz ersetzt. Mit Dubstep. warte ich jetzt eigentlich nicht weiter. Ich weiß nicht, weil, egal. Hach guck mich n paar Stahlträger finde. So, 10. Willst du nur das eine noch anschließen? Okay. wir müssen gleich gucken entweder machen wir noch eine produktion darüber oder noch eine eisenproduktion machen wir noch eine eisenproduktion wahrscheinlich am besten ich wollte gerade sagen hier die stahlproduktion die läuft ein bisschen schleppend eisenplatten produktion das meine ich so wer zur hölle hört noch dubstep sind das nicht diese ganzen cs go zocker soll ich das hier die das hier oben mit dem was so aussieht wie so ein umgedrehtes haar soll ich das abreißen also ich das csgo zocker jetzt schlimm werden naja da wo jetzt noch kein eisen läuft die anlage die da oben drüber die als letztes sich still steht oder willst du die so lassen ja einfach anschließend nichts böses über csgo bestes spiel glaube ich spiele ich nur zu silvester betrunken ich baue mal ein paar öfen oder ich baue mich ziegelsteine und da ist stahlträger erst frauen dann csgo zocker das eis wird dünn aber darf überhaupt nichts mehr sagen irgendjemand fühlt sich immer angegriffen wenn du das so sagst fühle ich mich angegriffen ruhe seid doch friedlich zueinander wir müssen doch alle miteinander auskommen doch wo haben wir denn die stahl pro stahlträger produktion nachdem wir mal suchen das ist die produktion die wir gerade angeschlossen haben da kommen hinten stahlträger raus entschuldigung ja habe ich nicht mitgekriegt richtig marv du bist im urlaub tu doch mal endlich so im chat als wenn du wirklich auf urlaub machen würdest aber bei dir ist doch immer urlaub bei marv ja wenn er dir zuguckt hat er doch immer urlaub anscheinend marv muss die jahoo und er hat ja seinen physiktest so schlecht geschrieben passiert ja er weiß nicht mal wie physik geschrieben wird ich fand es sehr gut dass du physik mit ck geschrieben hast ja Das war's für heute.